Hallo, meine lieben Habtas, ich bin mit der Sohn und willkommen zu einem neuen kleinen Video meinerseits. Heute etwas, was relativ wichtig ist, sag ich mal. Und zwar haben wir jetzt auf dem Discord und verschiedenen WhatsApp-Gruppen eine Planung erstellt. Und zwar wird in Köln am 5. September 2020 ein neues Community-Treffen stattfinden. Ich werde unter anderem dabei sein, weil mich lohnt sich das ja. Ich wohne ja direkt hier. Der Andreas, beziehungsweise FrigTV kennt ihr, wird vermutlich auch da sein. Und auch noch einige andere, sowohl YouTuber als auch Zuschauer. Plan ist, dass man sich so um 13 Uhr, 14 Uhr beim Kölner Lego-Shop trifft, shoppen geht, einkaufen geht, ein bisschen Quatsch. Und dann gehen wir alle gemeinsam dann runter als Gruppe zum Rheinufer, gucken dann da, ob wir irgendwie ein interessantes Etablissement finden, um Speisen zu sich zu nehmen oder Getränke, wie auch immer. Und dann lassen wir da den Nachmittag, beziehungsweise den Abend ausklingen. Und das Video ist eigentlich nur eine Einladung für die von euch, für die das örtlich gesehen machbar ist, also für die, die jetzt nicht 500.000 Kilometer weg wohnen, seid ihr herzlichst eingeladen zu kommen. Wer, wie gesagt, Bock hat zu kommen, wer Zeit hat, wie gesagt, mal 5. September, 14 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr ist ein Samstag. Ist der erste Samstag im September, falls ich nicht täusche. Wer da Zeit hat, ist wie gesagt eingeladen. Ich glaube, am besten wäre es entweder, wenn ihr dann auf den Discord kommt, dann kann man da nochmal die Information spreaden. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Da einfach gerne auf unseren Discord kommen. Da könnt ihr mich, ihr könnt den Andreas anschreiben und dann packen wir euch entweder in die Gruppe oder wir lassen euch so oder so die Infos zukommen, wie ihr wollt. Wir kriegen da auf jeden Fall, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich meine, wir leben ja im modernen Zeitalter, da ist Kommunikation nicht das Problem. Von daher würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere auch hier von der YouTube-Community zusagen würde. Und dann war es das eigentlich soweit. Kleines, kleines Update-Video. Das ist Update-Info-Video. Und ja, ich würde mich freuen, wir würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!